Yo, ich nochmal. Hab mir heute das gekauft. Ein Messer. Bin ein großer Freund davon, von dieser Gerätschaft. Das war so ne kleine Kunststoffscheide dabei. Messer dabei. Auch im Rahmen, also was weiß ich, 10, 11 cm Länge, Klingenlänge, also voll im Rahmen. Aber der Gag ist, hier hinten drin ist ein Feuerstahl. Es könnte ja mal sein, dass uns mal die Zündhölzer ausgehen. Dann kann ich damit Feuer machen. So ein Ding wollte ich immer haben. Ganz bei Lidl für unter 5 Euro, das ganze Ding hier. Funktioniert ganz einfach. Messerrücken. Ding da hinlegen unten drunter, was gut zündfähig ist. Und das ist meistens Birkenrinde. Birkenrinde ist sehr, sehr leicht entzündlich durch die Öle, die da enthalten sind. Feuerstahl besteht aus Eisen. Ich glaube Cerium ist da ein bisschen drin. Und ein paar seltene Erden, was weiß ich. Das geht so. Man legt das hier auf die gedachte Birkenrinde. Und dann, ja. Und diese Funken sind hulle heiß. Also mehrere tausend Grad. Also tausend Grad noch mindestens. Damit sollte man sowas anzünden können. Was man anzünden möchte. Also Feuer machen auch bei schlechtem Wetter und Regen. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Für das Geld kann man nicht mehr gerne. Dus... Also weiß ich meine Hand.